Immer diese präzisen Angaben. Ja, ähm... Ich erinnere ja mit Sony Vegas und... Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wieso ich das gesagt habe, ich wollte einfach nur mal erwähnen. Du wolltest nur angehen, ne? Du bewegst dich irgendwie nicht, aber trotzdem kommt diese Sprintpartikelchen auf dem... Nein! Ich hasse weh. Weh ist eine böse Taste. Du bist gerade durch mich durchgesprungen. Ich weiß, du standst am Weg. Hi. Hey. Du hast auch geschlagen. Ja, aber ich bin nicht im Game Mode. Ach ja, da war ja was. So, hab ich abges... Ah, meine Güte. Ich muss wieder länger wehdrücken. Wieso machen wir den Scheiß hier eigentlich nochmal? Äh, weiß ich nicht. Zur Belustigung unserer Zuschauer. Ja, das ist bestimmt voll lustig. Ja, ho, 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 ho. Hi, Lige. Irgendwie, ich glaube... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Leertaste kaputt ist. So. Nee, ist er nicht. Hast du gerade ein paar Leerzeichen geschrieben? Nein. Wieso? Nee, Leertasten-Check. Ich schreibe mal einen Text. Ah. Wow, das hat glatt geruckelt. Komm. Ja, ich bin durch. Warte, ich mache jetzt nicht dunkel, bevor du noch... ...und auch jetzt wegen mir fails. Der letzte Sprung ist hart. Also der... Der jetzt, der Sprung. Der ist ja nicht der letzte. Komm, komm. Oh! Ist das dein Ernst? Ja, ich... Hätte ich nicht... Hätte ich nicht A gedrückt, dann hätte es geklappt. Aber sonst... Naja, gut, ich mache schon mal weiter. Jo. Vorsprung raus. Moment. Ist das... Alter, guck dir mal den nächsten Sprung an. Du, ich kenne die Map bis hierhin noch. Also ich... ...sag später mal, bis wo ich die Map kenne. Alter, der Sprung ist ja richtig kacke. Moment. Ich liebe übrigens meine Tastengeräusche. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich mag sie nicht. Was machst du da mit den Betten? Abgebaut und... Alter, ich springe viel zu weit an der Leiter vorbei. Ist das dein Bett? Ist scheißegal, wir können alle zusammen ein Bett nehmen. Achso. So, steh auf. Noch fünf Minuten. Nein! Achso, ja, den Sprung, den kenne ich. Den kenne ich noch zu genüge. Der ist... Der ist echt... Der ist kotzen. Und ich weiß nie, wann ich dran bin. Das ist ja der Nachteil. Ja, man muss so ganz blöd um die Ecke springen irgendwie. Das ist... ...schlimm. Jetzt habe ich gedacht, ich habe einen Vorsprung. Ich... Hallo, guck mal! Ich bin kurz davor, ich da runterzaunt. Mami, ich bin im Fernsehen! Nein! Da muss ich mir, glaube ich, angewöhnt, das Schiff zu gehen. Wie, ey, komm mal hierher geflogen und guck dir die nächsten Sprünge an. Ich weiß. Der ist ja noch einfach, der. Aber die danach sind auch eigentlich noch in Ordnung. So, an der Wand lang kann ich. Ich freue mich schon an die Wand. Das wird witzig. Ich bin mal auch gespannt, wie viele Folgen wir brauchen. Alter, ich bin doch an dieser beschissen Seite. Ich rutsche dann runter. Okay, sagen wir pro Sprung eine Folge. Also pro, äh... Stage eine Folge. Checkpoint, bist du durch den Checkpoint eine Folge. Ja, spring. Wichser. Ich bin kein Schubputzer, also stell still. Doch, bist du. Nein. Das wirst du irgendwann doch. Ich bereite dich nur schon mal auf dein... ...ja, folgendes Arbeitsleben vor. Als Schubputzer. Ach, cool. Ja. Ich bin nett. Ach, doch, doch, kacke. So, ich muss jetzt einmal... Ich weiß echt nicht, was du hast. Der Sprung ist eigentlich... Der geht eigentlich noch. Nein, mein Problem ist, ich bin an der Leiter und denke, ich fall runter und fliege weg. Ach, komm. Ich habe das falsche Bett abgebaut. Du bist... Genie. Welches falsche Bett? Da steht nur ein Bett. Ja, aber ich habe nur in einem der anderen Bette geschlafen. So, jetzt ich auch nochmal. Alter. Du hast mich gerade runtergeschobst. Nein, ich wollte gerade losfliegen. So, jetzt das Ganze wieder mit Respawn. Echt, also du bist so ein Buhn, ne? Sei still. Wollten wir eigentlich nicht nur kurz aufnehmen? Ja, ich weiß, aber jetzt habe ich Blut geleckt. Ah, komm. Ich rutsche immer über diese Leiter rüber. Der Sprung ist nicht machbar. Der geht nicht. Nein, deswegen habe ich ihn auch nicht schon fünfmal geschafft oder so. Nein. Alter, ich bin an dieser Leiter dran und rutsche an der Leiter runter. Das... Mann. Ich bin Chuck Norris. Ich habe Skill ohne Ende. Du bist Chuck Noobtown. Ja, das war jetzt eine Ableitung raus. Der Kalk, der nicht mal die ersten zwei Sprünge der Stage schafft. Geh aus. Hast du dich gerade selbst runtergeschubst? Du hast mich runtergeschlagen, Spacken. Ach, schön. Das befriedigt mich ungemein. So, und jetzt zeig, was du kannst. Ich war dran, das ist doch kacke. Ich drücke sogar Shift. Nein, der Charakter fällt runter. Spacko. Ja, Shift bringt dabei eher weniger. So, du machst erstmal nochmal einen Abgang. Ich drücke doch Shift, Mann. Du jetzt auch. Ich wusste es. Ich gehe gleich wieder in den Game-Mode. Ja, es hat geklappt. Jetzt schnell. Naja, ich bin trotzdem beide runtergefallen. Nein, 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 er ist schon da. Er ist schon da. Nein, 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 nein. Ficken. Alter. So, respawn runterfallen. Respawn runterfallen. Ach, nee, komm, ich lasse dich sonst. Gibt hier noch eine fette Trollwelle. Was? Den Tempel hast du aber sehr schön geflickt da unten. Ja, finde ich auch. Können Sie nochmal angucken. Ja. Ah, komm schon, dieser Leitersprung, der ist scheiße. Ja, herzlich willkommen bei Let's Runterfallen Minecraft. Ja, also... Eigentlich musste ich ja nur die ersten zwei Sprünge schaffen, weil weiter kommst du eh nicht, also... Nein. Alter, ich bin jedes Mal dieser beschissene Leiter. Wie machst du diesen Sprung? Der ist nicht machbar. Ach ja. Na klar, wenn man nicht genug Skill hat, also... Ich bin einer Leiter, aber ich klettere nach unten, trotz dass ich weh drücke. Jetzt kann ich ja eigentlich ganz ruhig stehen bleiben, weil hier erwischst du mich eh nicht. Ah! Warte mal, ich mach hier einfach mal eine kurze Pause und guck dir dabei zu. Ja. Hi. Ja. Komm, den schaffst du. Ist eigentlich nicht so schwer. Ohne Leitern. Ach, du... Jetzt standst du im Weg, du Spacken. Ohne Leitern. So. Rach ist Blutwurst. Ja, Rach ist bei dir Blutwurst. Qualvoll produzierte Blutwurst. Alles klar. Du bist auf so'n Spackroch. Ich weiß echt nicht, wieso du den nicht schaffst. Ich bin dran und mein Charakter rutscht runter. Vielleicht weil du irgendeine Taste drückst. Ja, weh. Ja. Ich bin dran und der Charakter... Nee, ich rutsche über eine Leiter rüber. Du... Du musst S drücken. Ich bin nicht so doof. Naja, also ich würd's dir zutrauen. Ganz klamm heimlich. Ich hab grad S gedrückt. Ja, dass das nicht funktioniert, ist schon klar. Du warst beinahe dran. Hallo? Ich schick dir ne Postkarte, ne? Kein Obsidian. Ist mir grad scheißegal. Hier wird dann jetzt erstmal wieder aufgeräumt. So, ich bin wieder da. Ich musste grad ganz kurz AFK sein. Mhm. Hast du grad den Turm abgebaut? Und hier runtergeschmissen, ja. Okay, muss ich den Turm ja auch nicht machen. Das ist gut. So. Stieg, du Spacken. Du hast grad ernsthaft den Turm... Pff. Ist mir klar, ich muss ich den hier machen. Ich weiß. So. Wie war der Biff hier nochmal? Wer? Was? Ach, du hast da schon Obsidian hingebracht. Okay. 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 Ich überspringe offiziell alle Leiterdinger. Pff. Nein. Doch. Nicht. Nein. Dann überspringst du nämlich die gesamte Mauer da drüben. Ja. Also ich bin durch, und du? Jetzt Maul. Du überspringst hier gar nicht alles. Doch. Alter, wenn ich noch nicht mal diesen scheiß Eckleitersprung kriege, diesen... Hier. Diesen beschissenen Leitersprung. Diese ganzen beschissenen Leitersachen, das ist doch... Da. Und ich glaub, der Beat of Ragnarok hat wieder... Ich bin grad... Was? So. Das funktioniert irgendwie. Robotergespräch. Ich an meiner Stelle unterbreche immer ganz kurz. Die Aufnahme ist gleich. So, Aufnahme läuft wieder. Ja, ich hab abgeraged, bevor du fragst. So. Ich versuche jetzt aber trotzdem noch mal die Wand. Wobei ich ehrlich bin, ich war kurz davor, die Wand mit TNT zuzukleistern. Ja? Ja. Jetzt hört er jetzt drauf zu spüren. Ich glaub's nicht. Schlimm. Ich falle... Okay. Ich bin irgendwie zu doof, um einen Sprung zu schaffen. Ich bin zu blöd, um einen... ...ereinfachsten... ...ereinfachsten Sprung, um ein gesamtes Spiel zu schaffen. Nein, da ist so ne beschissene Leiter. Wieso... Dieser Sprung. Wie soll man diesen Sprung machen, wenn da vorne ein Klotz ist? Man hat ein Klotz frei zum Landen. Du musst zeitlich springen. Den hab ich auch schon geschafft. Den musst du zeitlich springen. Fick, den hast du schon geschafft. Der Sprung ist sau schwer, aber es geht nicht. Weiß nicht. Hab ich schon geschafft. Du bist bei mir grad wie ein ganz bisschen Roboter, aber wir machen einfach mal weiter. Ja, okay. Ja, hier wieder... ...Let's Play Minecraft Adventure Map mit dem Roboter. Okay, das ist... Und bei mir gibt es Essen. Also an meiner Stelle muss ich jetzt weiter aufhören. Und ich glaub, dann hörst du auch auf mit aufnehmen, ne? Äh, würde ich sagen... Warte, ich will noch einmal kurz respawn drücken, weil es ist gar nicht irgendwo vor. So, okay, dann... ...wir hören jetzt auf mit auf und auf. Äh, heute mit aufnehmen, würde ich sagen. Ja, das meine ich ja. Ach so, ja. Ja, ich würde sagen, schieß auf Wiedersehen, bis dann. Ja, ciao. Oh. Ja.